also also der schalter muss oben bleiben weil sonst hat er keinen strom und der muss aber unten also der muss runter die kugel muss da hinrollen das sieht gar nichts auf der kabel hier also machen wir erstmal dass strom kommt der strom geht auf der ist mit dem verbunden das heißt der muss so oder was dann müsste ja der muss also der hat dauerstrom da muss der oben bleiben und der geht jetzt an die an das muss ich nur verhindern dass so oder wird ein bisschen fies hier so oder was das denn machen das wird aber ein bisschen also der zieht den an und so anziehen bringen wir das doch auch nicht wie kann ich denn das wird ja nichts ist das denn das ist aber mies das kommt ja hier nur auf den winkel drauf an oder was das bringt ja auch nichts auch das ist doch wieder ein bisschen nicht hier alles so oder was haben heute von drei dagegen geht aber ich nur millimeter geht nur millimeter geht nur millimeter geht nur millimeter warum denn warum denn so viel man da geht so um millimeter millimeter das reicht doch auch nicht man was bin auf dem richtigen weg oder was dann muss man den wie viel kraft hatten der magnet kann ja auch von unten so oder was geht das so das ist doch nur so ein buckliger magnet kommt er aber nicht durch das heißt er kann ja nur von kommt so da kommt es auf so wenig darauf an man das ist nur so so ein mikromügel was kann ich denn noch machen mit dem seil nichts ballon bringen wir alles nichts ich brauche kein ballon das muss so richtig sein das muss ihn am besten so wenn er runterfällt so ging da gibt es bestimmt eine billige lösung entweder ist es wirklich so ganz knapp oder da gibt es irgendeine billige lösung zumal es wäre geil wenn der so diese weg kicken würde beim runterfallen die muss weggekickt werden das heißt wir brauchen das spiel macht einen kaputt das macht dann richtig fertig hier wie weit so und jetzt muss er beim zurück so was in etwa ein bisschen jetzt so es wird ja niemals so funktionieren aber das ist so bringt nichts und wollte darüber darf dann nicht rüber rollen das heißt ich bin so auf die auflösung spannend also ich werde das schaffen dass ich werde schaffen das weiß ich es ist einfach nur so eine einfach aber was ich ja gemerkt habe ist wenn es gibt so eine einfachung wieder das klappt ja nicht mann wie knapp ist denn das was kann ich denn machen dass die da nicht gegen knallt kann ich mit dem ball da passt ja gar kein ballon dazwischen und was ist wenn ich das gewicht an dem ballon mache wartet mal ich habe zwei ballons denn der ballon bringt mir auch in warte mal na warte mal was muss ich denn da machen muss ich denn da machen was ist wenn der wenn er genau der nicht so und jetzt jetzt rollt die ab nein was kann ich denn da noch warum ist das so billig irgendwie so eine nicht dritter kann ich doch nicht das ist so richtig mies das macht die menschen kaputt so ja ist das schlecht oh nein ja aber es wäre schon das wäre ins feuer genau schon so 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 komm man aber jetzt muss er doch der ist das kacke jetzt ist er da schon fast wenn ich diese blöde auflösung sehe und die ist so einfach wenn die so ist wie meine auflösung es kommt einfach nur auf diesen millimeter an ist okay wenn die auflösung nachher so studiert doch mal ein bisschen eigentlich muss doch der nur was ist wenn ich den magneten behalte so oder was kann er da bleibt ja nicht der kleben da dran ich würde dennoch darunter machen so 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 warum warum bist du so zu mir das ist alles auseinandergefallen und nein sind die billig sind die echt zu billig das kommt davon wenn man kein profi gamer kein let's player keine sonst was ist und das ist ja dass ich mich ja richtig richtig kreativ war ich schon wie billig eigentlich ok weiter geht's